heute heute spielen wir mal ein simulator ich habe tatsächlich den namen vergessen von dem sind ich habe so gespatzen ihren auf jeden fall sollen wir hier und diese leute hier schlagen damit wir wie ich hier oben sehen sehen könnt allerdings keine ahnung was dps bedeutet ist mir auch so wir können hierbei aktualisieren allerdings muss irgend so ein geschenk holen hier gibt es auch noch ein tägliches geschenk das kann ich mir kurz mal auswählen und das kann ich nicht weil das ist die gruppe sondern können wir dahinten upgraden da können wir mal kurz hingehen so kann man sich hier lauftempo und dort alles erhöhen mit diesen diamanten und hier weiß ich sogar selber noch nicht das habe ich mir nicht angeguckt dann schön auch nichts also schaltet man glaube ich irgendwie frei was hier ziemlich wichtig ist dass man hier sich eier kauft wir können uns auch direkt mal das erste holen das eine katze sieht man hat ja auch direkt kurz kann man auch anlösen und wir müssen jetzt mal ein bisschen hauen bis wir hier ein bisschen weiterkommen genau jetzt habe ich ein abzeichen da unten gerade bekommen wenn ihr seht so der hat beispielsweise jetzt schon sehen also so fasziniert nein nicht zu dem hier dahin so jetzt sieht man hier irgendwie dass ich die dps bei fast 1000 gleich bin ich weiß leider nicht was das bedeutet aber ist auch nicht so schlimm wenn wir das gleich mal geschafft haben hier können wir uns teleportieren das ist natürlich der shop wo man sich dann kaufen kann und hier sieht man halt die ganzen tiere die man dann hat und hier kann man wahrscheinlich dann die wirken also wie börsen wie also einfach den dings zurücksetzen denke ich mal hier kann sonst heißen soll man eine dinge mal kurz platz genau so ihr seht jetzt auch dass ich schon 15 dinge habe das heißt kann man jetzt hier das kaufen so handwerk an der 20 um irgendetwas an zu bekommen keine ahnung so auf jeden fall können wir jetzt hier einmal gucken ja mal ausgerüstet hier können wir uns die handschuhe ansehen da fehlen uns aber ein paar zeiten kann man hier natürlich auch wieder löschen und hier kann man seine items haben sehen genau wir gehen aber jetzt erst mal richtung das wir machen jetzt multi ok geh nicht was drauf wird dann machen wir auto geht auch nicht dann machen wir so wir die katze wenigstens ein legendären oder was weiß ich was die legendär ist jetzt haben schon dreimal die katze wie sie kommt ok das ist auf jeden fall selten dann können wir uns hier mal kurz die hausjahre angucken dann können wir den hier aussuchen die haben alle irgendwie ein keine ahnung warum auf jeden fall klicken wir hier mal ein bisschen dass wir hier ein bisschen stärker werden denn mit 650 k kommt man weiter genau dann können wir hier mal ein bisschen platt machen die machen wir relativ schnell jetzt schon platt wie man hier sehen kann das sind ja alles irgendwie nerds keine ahnung wir machen jetzt tausend schaden wie ihr hier sehen könnt wenn ich die jetzt einmal haue dann seht ihr es geht schon relativ schnell weg so wir haben beispielsweise mal zwei gems das heißt das ist geil mit denen mal klatschen so jetzt habe ich nämlich die durch gems bekommen die sind auch ganz wichtig kaputt zu machen damit wir jetzt hier dementsprechend irgendwann was neues kaufen jetzt können wir nämlich wieder dahin zu diesen upgrades und hier sieht man auch dass die gems auf dem boden liegen dann gehen wir hier mal auf upgrades und kaufen uns das dann können wir uns ja auch noch mit stärke kaufen und sogar noch kritische chancen weil wir auf einmal so viele gems haben da ihr seht schon was macht jetzt mit sag ich mal gut dings weg ihr seht jetzt auch dass ich hier ich will nichts machen weil jetzt kann ich die hier nämlich alle auslösen ja das ist jetzt mal drei also das ist jetzt besser dann müsste ich das auch hier seht ihr es das mal 10 das mal 2 und das ist mal 17 also das stärkste kann ich die hier alle machen dort machen so zack 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 die haben jetzt hier wieder links punkt so das war jetzt beispielsweise so ein effekt mit schorben so so jetzt habe ich hier wieder handschuhe bekommen mal 28 und das ist mal sechs okay dann muss ich das aus so kann ich hier wieder einmal zu upgrades gehen denn ich will am besten die münzen hier komplett hochballern und die stärke natürlich auch weil ich will erstmal alles hier auf fünf machen überall ähm genau so wir können aber erstmal die machen weil die dauern nicht zu lange da da habe ich wieder rothanschuhe bekommen das sind die haustiere mal 17 mal 10 okay ja ich habe jetzt mal mit dem so perfekt ich habe natürlich auch noch so ein stärke-dings glaube ich irgendwo im Kanal und was ist das hier Statistiken aha okay aber das machen wir jetzt nicht wir gehen nochmal nach upgrades wir brauchen jetzt vier ich höre das sollte eigentlich ganz machbar sein so okay ich glaube das sind gute gewesen na nicht ich glaube ich habe schon einen guten mhm wo sei dann habe ich einen 200 fixpumps 1000 okay dann können wir uns hier mal kurz gucken ob wir irgendwas neues hier holen können eine billion okay wir können uns tatsächlich nur das hier holen tun wir uns jetzt mal drei vier mal ungefähr und dann gewöhnt ein gewöhnliches schwein aber jetzt will ich mal sehen wie viel der hat 1 2 nur wir rüsten mal alle aus also ab so dann gucken wir mal was die grünen sind so noch ein schwein ja auch keiner so also 1 2 habe ich jetzt schon geöffnet jetzt ist das wieder ein dritter ja hier will ich auch noch mal einen guten haben wenn es geht bitte please ja okay ist selten so perfekt das sind jetzt die besten die ich habe können wir mal kurz ein bisschen weiter gehen die alle hier wieder um belatschen ah rote schuhe bräunig er macht immer noch den hier dann helfe ich den jetzt mal so warte ich komme gleich wieder kollege dann helfe ich dir wieder äh ne hier drittliche chancen wollte ich mir holen vielleicht schiebt das ja auch ein bisschen ah wobei er hat jetzt nicht mehr viel oh jetzt krieg ich wieder gerade hier so einen schnellen Dings mit denen arzt mal 17 okay wo sind die jetzt mit denen jams 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 zack zack so noch fünf stück äh perfekt jetzt kann ich nämlich mit den coins wieder upgraden und dann bräuchte ich noch 50 okay okay ah da ist er mit den 1,8 dinge soo soo batz 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 soo ähm bereits alle geschafft okay so dann stärker auf jeden Fall noch soo fett soo daah machen inzwischen jetzt schon fast 50 Dings schaden hier bam 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 nice 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 2 9 hier ist wieder einer so ich noch mal kurz nach die upgrades weiß ich so das eine mit 1,8 ms wieder also mal 1 gemacht und dann noch mal so habe ich jetzt einmal irgendwann mal egal wir können erstmal kurz hingehen ja wir haben ja so viel 9 millionen also da öffnet in 20 minuten und da ab jetzt dann gehen wir mal dahin du musst ab jetzt am vorigen ort kaufen okay also ich kann hier dann wieder neue ab jetzt machen okay aber wie ich das macht das seht ihr dann in der nächsten folge ich hab noch ja ja ja